Der erste Gewinner des Abends und damit Preisträger des IF Design Awards 2023 Gold sind Holzbau Ammann, Tayo Europe, Schneider & Schuhmacher und Bollinger & Grohmann. Ausgezeichnet wurde hier ein außergewöhnlicher Pavillon für die Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen Kai Otto, Raghunath Vasudevan und Hendrik Pfeffinger. Herzlichen Glückwunsch, gratuliere. Ja, was sagt die Jury dazu? Die Jury meinte, dieser Pavillon ist die gelungene Symbiose aus nachhaltiger Modulbauweise und gestalterischem Gesamtanspruch. Durch Rippenstrukturen aus Holz, gecovert mit einer recycelten PVC-Membran, entstand ein geometrisches Unikat. Herzlichen Glückwunsch. So, da strahlen schon mal drei. Thanks a lot. Congratulations, herzlichen Glückwunsch. Die ersten Preisträger des heutigen Abends. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020